Wenn das Wetter Gemütlichkeit schenkt, freudige Erwartungen weckt auf den nächsten Tag. Das Gefühl, wie auf Wolken zu gleiten. Adrenalin in den Adern. Freiheit spüren im größten Skigebiet Österreichs. Verbunden mit der Natur und den Menschen. Wenn man diese Freude teilen kann. Etwas weitergeben. Gemeinsam erleben. Und dabei Kraft tanken. Dann ist es Winter beim Schneegerrand am Arlberg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017